Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Bliss 7 Box in der Deutschland-Version. Und zwar ist das die August Box. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die 14,90 Euro pro Box und pro Monat kostet und relativ neu auf dem deutschen Markt ist. Denn ja, es gibt ja auch immer noch die französische Variante der Bliss 7 Box, die auch bei mir monatlich eintrifft. Und ja, irgendwie hat sich das Bliss 7 Box Team überlegt, dass es ganz cool wäre, die Bliss 7 Box jetzt auch wirklich auf den deutschen Markt zu bringen, weil die Nachfrage sehr hoch war. Und das ist eigentlich aufgrund von euch. Das ist ziemlich witzig, denn ihr habt mir die Box damals empfohlen, dass ich mir die mal abonnieren sollte, habe ich gemacht. Und dann hat Bliss 7 halt gemerkt, okay, ganz schön viele deutsche Abonnenten haben wir auf einmal. Und ja, deswegen haben die sich jetzt hier deutschmäßig, deutschmäßig, genau, also in Deutschland quasi gegründet. Und ja, finde ich ganz cool, weil wir können damit ein bisschen sparen. Die französische Variante kostet mich nämlich so 17,90 Euro pro Monat und die deutsche Variante, wie gesagt, ist bei 14,90 Euro. Finde ich ganz cool. Ja, und ich mag die Bliss 7 Box. Wir haben eigentlich ein unterschiedliches oder ein wechselndes Boxendesign. Manchmal sind das Schubladen, manchmal das ist ein Täschchen. Dieses Mal haben wir hier tatsächlich auch eine richtig schöne Box, die man toll auch weiter verschenken kann oder als Aufbewahrungsbox verwenden kann. Also so richtig schön Zigarrenkisten-mäßig, ne? Von der Größe her auch mag ich richtig gerne leiden. Und ja, habe ich gesagt, in der Kooperation bekomme ich die jetzt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Weiß ich gar nicht. Ist so, ne? Also es ist eine Kooperation, dass ich sie jetzt hier vorstellen kann und euch zeigen kann, was sich in der Box verbirgt. Sowohl pflegende als auch dekorative Kosmetik sind hier drin enthalten. Anhand der Boxenform haben wir ja schon gesehen, da sind jetzt keine Riesenprodukte drin. Manchmal überrascht uns aber die Bliss 7 Box, ne? Dass wir hier dann auch auf einmal so eine Full Size von der Fenty Beauty Foundation zum Beispiel drin hatten. Wir haben jetzt im August das Thema Sommerlichter. Ja, jetzt heute, wo ich die Box auspacke, ist es zwar recht warm. Also wir haben es, ja gut, jetzt sind es gerade nur noch 20 Grad, ne? Ja, 20 Grad Ende Juli, 28. Juli. Der Freitag ist da, ne? Und es soll aber wieder wärmer werden. Das heißt, der Sommer kommt. Und das ist ja auch die Augustbox, ne? Nächste Woche, wenn ihr das Video seht, soll es ja auch richtig schön warm wieder hier werden. Und jetzt hat die Redaktion hier so ein kleines Vorwort reingeschrieben, was die Boxenpacke sich quasi beim Boxenpacken gedacht haben. Finde ich immer cool zu wissen. Die glänzende Abendsonne am Horizont, den rot gefärbten Himmel bewundern und der leichte Wind, der sich um deine Haare spielt. Endlich können wir unsere Seele frei baumeln lassen und die letzten Sonnenstrahlen genießen. Um auch deine Haut nach den unvergesslichen Sommermomenten zu pflegen, ist unsere Augustbox genau das Richtige für dich. Da bin ich ja mal gespannt, was dann da drin sein wird. Also schon definitiv, die Sonne scheint und so. Sonnenstrahlen genießen in gewissem Maße, also wenn man halt die Möglichkeit dazu hat. Aber es ist schon so, dass ich mir auch so ein kleines aufblasbares Poolchen, Poolchen tatsächlich, in den Garten gestellt habe. Genauso habe ich auch da eine Hängematte, dass ich da auch ein bisschen mal chillen kann. Finde ich auch wichtig, dass man das auch mal genießen kann. Aber wenn es 40 Grad sind, brauche ich das nicht unbedingt draußen genießen. Hier haben wir einmal den Blick in die Box und da sehen wir auch die Produkte schon drin enthalten. Als erstes habe ich hier was von Cadales drin. Oh, Banana Science, Le Corp Nourisson, eine Nourishing Body Lotion ist das nämlich. Mit 99,5% natürlichen Inhaltsstoffen, ein veganes Produkt, 100ml haben wir hier drin. Ich mag Banane, richtig gerne leiden. Das werde ich in Anwendung nehmen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich creme mich ja eh abends nach dem Duschen immer ein und da ist so eine Aftersun-Geschichte eine ganz tolle Geschichte. Geschichte? Sie erzählt Geschichten, man weiß Bescheid. Und ich mag sowas. Ne? Finde ich cool. Als nächstes dürfen die Haare nicht fehlen. Kerastase Genesis Mask Rekonstruierende Maske. Für schwaches Haar, zum Auswaschen. Okay. Ist auch ziemlich teuer. 75ml. Kerastase wird ja auch von Friseuren empfohlen und so weiter. Finde ich interessant. Kann ich auf jeden Fall mal testen. Aber ich meine, ich habe das schon mal ausprobiert. Also ich mag Kerastase-Produkte eigentlich wirklich gerne. Ja, es riecht echt angenehm. Leicht blumig. Mag ich gerne leiden. Das ist schön. Und ja, so eine Maske gebe ich mir dann immer so ab. Ohrläppchen rein. Und dann dürfen die Längen und Spitzen gepflegt werden. Ich habe nämlich zur Zeit super trockene Haare. Aber ich habe gute Haare. Das ist jetzt wirklich, das ist positiv. Durch die Schwangerschaft sind meine Haare wirklich, wirklich sehr geil geworden. Guck mal, wie voluminös. Also ich müsste jetzt heute eigentlich, wenn man sich das anguckt, müsste ich eigentlich gar nicht Haare waschen. Und ich bin jetzt quasi an Tag zwei. Also theoretisch könnte ich jetzt auch schon, ja, dass ich drei Tage ohne Haare waschen mache. Das ist richtig krass. Sowas kenne ich gar nicht. Ich muss seit meiner Pubertät jeden Abend Haare waschen. Oder jeden Tag. Weil ich ansonsten echt so richtig Spaghetti-Haare habe. Ganz schlimm. Aber durch die Schwangerschaft, Leute, das ist richtig geil. Ich habe auch gehört, dass dann, ne, wenn Stillzeit und so und die Hormone werden wieder runter, dass dann die Haare ausfallen können und so weiter. Und dass das Schöne dann vorbei ist. Egal, ich genieße es jetzt so lange, wie es geht. Und finde es einfach schön. Genau. Ja, aber trotzdem, die sind halt sehr trocken und brauchen dann auch dementsprechend Liebe. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ich mir die Haarmaske einfach reinmache. Also ich muss ja nicht dann meinen Ansatz waschen, ne. Dann kann ich ja trotzdem, dass ich die Haare nass mache, dann die Haarmaske reinmache, einwicken lasse und ausspüle. Ich glaube, das geht ja auch eigentlich vollkommen klar, ne. Warum eigentlich nicht? So, du le. Weiter geht die Bilderreise. Wir haben ja, wie gesagt, hier auch dekorative Kosmetik mit drin. Und das ist von All Tigers ein Vegan & Natural Origin Eyeshadow Pencil in der Farbe Taube 309. Ich bin kein Fan von Lidschattenstiften. Das habe ich schon des Öfteren mal erwähnt, ne. Also ich habe das jetzt, dadurch, dass Nabla ja zum Beispiel die neuen Launches hatte, ne, mit den Cupid's Arrow Stiften, habe ich gemerkt, dass die richtig geil sein können. Gerade wenn du so Pastellfarben hast und die im Sommer nimmst, so knallige Farben. Da stehe ich drauf. Das finde ich wirklich cool. Oder, dass man halt diese Technik anwendet, die Jennys Highlights ja auch mal erwähnt hat, ne. Dass du das quasi so hier nach außen, wie so ein Eyeliner und dann hier so ein V und dann kannst du dir das ausmalen. Also auch richtig, richtig geil, ne, wie sie das gemacht hat. Zieht euch die Frau mal rein. Die hat richtig gute Ideen. Und, ähm, gerade weil sie halt genauso wie ich auch Schlupflieder hat, ne. Und da konnte sie mir, also hat sie mir echt was beigebracht. Richtig geil. Ähm, ja, aber das ist ja auch ein Schimmerstift, ne. Das heißt, also sehe ich hier ja an der Kappe. Das ist ein Schimmerton und das ist nichts für mich. Ich bin da ehrlich, der wird auf jeden Fall dann weiterziehen. Dann habe ich hier was von Imperfait. Mask Peeling. Aha, for glowing skin. 30 Milliliter. Das ist eine peelende Maske mit Fruchtextrakt und Glykolsäure. Okay, das ist dann wahrscheinlich etwas, was ich in der Schwangerschaft besser nicht verwenden sollte. 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Das ist ein veganes Produkt. Ähm, was habe ich gesagt? 30 Milliliter. Ne, also das soll dann ein Glowy Skin Gedönsen geben, was ich per se gut finde und auch dann definitiv super gerne verwende, wenn ich nicht schwanger bin. Wenn ich schwanger bin, ist es halt so, ist meine Haut nochmal ein Stück weit mehr sensibel. Ähm, dann nehme ich gerne Enzym Peelings oder gar keine Peelings tatsächlich. Aber Enzym Peelings sind dann die Peelings, auf die ich zurückgreife. Denn sowohl Salicylsäure als auch Fruchtsäure sollte ich am besten die Finger von lassen. Und, äh, ja, weil die Haut zu krass drauf reagieren kann, ne, habe ich euch auch mal ein Video dazu gemacht. Ähm, ich glaube, das kommt eher so in meine, muss demnächst dann irgendwie so in dem Jahr ausprobiert werden Kiste, ne. Also ich kann es jetzt halt einfach nicht verwenden. Better not. Und dann habe ich hier das letzte Produkt drin. Ach, ich glaube auch, das kann ich nicht verwenden. Aber das ist geil. Also da freut... Böses Wort, ich weiß. Es ist wundervoll. Ähm, ich finde, dass das sehr, 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 sehr cool ist, dass das hier drin enthalten ist. Sunday Riley ist eine sackenteure Marke, Leute. Habe ich mal durch Adventskalender kennengelernt, hatte so ein kleines Ding drin und dachte mir, ach, pff, ne, so ein kleines Brüppchen, was soll ich damit? Kleines Brüppchen, wäre 20 Tag ein Altrubelli. Und hier haben wir einfach mal das Luna Retinoid Sleeping Night Oil drin. Und, ja, das wird dann wohl mit Retinoid sein. Auch das ist ein wundervoller Inhaltsstoff, ne. Das ist der Anti-Aging-Inhaltsstoff überhaupt. Ähm, aber jetzt aktuell nicht für mich. Also glaube ich, dass es Retinol ist, weil wenn da Retinoid draufsteht, ja, Retinoate. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe noch nie so intensiv mich mit Inhaltsstoffen beschäftigt, wie, ne, seitdem Bauchy wächst. Okay, nein, finde ich aber super. Werde ich auch in meine Backup-Sammlung, äh, Backup-Sammlung vor allem packen. Also in meine Serum-Geschichten. Fünf Milliliter sind hier drin. Denn sobald das Baby raus ist, sobald ich es Mitte November geboren habe, ihn, kann ich dann wieder auf viele Sachen zurückgreifen, die ich liebe. Ich weiß nicht. Da muss ich mich halt auch nochmal mit beschäftigen, was ich in der Stillzeit machen darf, ne. Weil das ist dann ja auch nochmal so ein Thema. Aber, ähm, ich glaube, Retinol. Muss man mal gucken, ne, was die Haut dann dazu sagt. Aber da habe ich richtig Bock drauf, weil ich einfach weiß, was Retinol macht und wie gut Retinol ist. Ihr solltet Retinol wirklich, wie es auch draufsteht, nur abends anwenden. Weil das, also jetzt gerade im Sommer, ne, das ist halt etwas, was auch wirklich, es peelt ja auch ganz leicht die Haut. Also das ist schon ein sehr intensiver Anti-Aging-Wirkstoff, ne, der, ich habe hier keine Schere, ähm, der dafür sorgt, dass die Falten krass reduziert werden. Und das macht er ja nicht durch Magie, sondern das macht er dadurch, dass er irgendwie die oberste Hautschicht auch so ein bisschen bearbeitet. Und dadurch wird sie halt sonnenempfindlicher. Und wenn die Haut sonnenempfindlicher wird, bedeutet das halt auch, dass du dann eher zu Pigmentflecken neigen könntest oder eher zu Sonnenbrand. Dementsprechend auf jeden Fall abends verwenden. Und wenn du es dann angewendet hast, dann am nächsten Morgen definitiv einen dicken, fetten Lichtschutzfaktor draufpacken. Wobei man das ja sowieso sollte. Aber dann halt nochmal intensiver drauf achten. Und das wird echt hochpreisig sein. Also die Preise stehen ja nicht so mit dabei. Ich suche die aus dem Internet raus, verlinke euch die Produkte hier auch in der Infobox. Aber allein, dass es quasi so bei einem Zuhause ankommt, zeigt uns ja Hallöchen Popöchen. Hier haben wir aber ein wertiges Produkt drin. Also da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist so krass, ne? Aber es ist... Da habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock, ja. Ne? So schaut das aus. Ist tatsächlich ein kleiner Glasflakon. Fünf Milliliter. Das hat man relativ schnell aufgebraucht. Aber weil Sunday Riley hochpreisige Marke ist es vollkommen in Ordnung. Und das wäre jetzt auch die Blasimbox Deutschland für August gewesen. Ich finde sie schön. Also wir haben hier halt wirklich super passende Sommerprodukte drin. Also sowohl auf die Haare wird geachtet, dass man sagt, Mensch, es ist irgendwie cool, dass du jetzt, wenn du halt trocken und so weiter und sonnengeschädigt, dass du da einfach ein bisschen extra Pflege bekommst. Dann, dass man hier auch extra so drauf achtet, dass man die Haut ordentlich bearbeitet mit Glykolsäure und auch mit dem Retinol. Finde ich richtig geil. Für den Körper was als nach der Sonne Fliegen-Geschichten-Produkt. Finde ich auch gut. Und ein bisschen dekorative Kosmetik. Im Sommer hat man auch nicht so viel Bock drauf, sich jetzt einen fancy-pancy Augenlook zu schminken. Deswegen Lidschattenstift finde ich auch irgendwie passend. Also es sind Produkte, wo man wirklich sagen muss, da hat sich jemand hingesetzt und überlegt, was könnte sinnvoll sein und diese Produkte ausgewählt. Und das finde ich schön, wenn man das halt einfach merkt. Und ja, deswegen kann ich euch die Box empfehlen. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Soviel zu dieser Box und von mir und vielen Dank an das liebe Blisim-Team, dass ihr mir die Box zugeschickt habt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!